. Das Problem ist, wenn wir neue Kameraslauseln für 3 oder 4.000 Euro da reingesetzt sind, dann erhebt sich wieder da rein, dann kommt in den Zahlen von mich einfach nicht vor. Moment, sagen Sie 110.000 Euro. Ich dachte, das war bereits ein Teil des Kaffetzes. Ja, das ist ja. Und jetzt ist es nicht so. Untertitelung des ZDF, 2020